Auf den Fall, dass ich ihm irgendwann mal wirklich begegnen sollte. Er ist ja ein schlechter synchronischer Brecher, aber es ist schon so. Dann sagt der Krom, Moment, in diesem Brennpunkt 129 hast du mal gesagt. How are you? I'm learning. Under the water. Under the water, ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Geil. Ich habe sogar Notizen gemacht. Nein. Und der eine oder die andere, ja, haben es schon gehört. Ich habe entweder einen übelsten Stimmbruch bekommen und bin immer noch Tino oder es geht ein Rechtsruck durch den Brennpunkt. Gott, oh Gott. Ja, das ist immer noch dein Lieblingsgag, oder? Was? Das Tino links ist und ich nicht? Nee, das mit dem Rechtsruck. Ach nee, warte mal, das war was anderes. Das war das Bollwerk gegen rechts. Das war dein Lieblingsgag. Klare Kante zeigen gegen rechts. Ja, das Bollwerk gegen rechts ist heute leider krank. Das Bollwerk gegen rechts hat nämlich zwei Wochen Urlaub jetzt gehabt. Die Freundin war in der ersten Woche krank und das Bollwerk ist jetzt krank. Was hat denn das Bollwerk? Naja, so ein bisschen Hüsterli, was man halt so hat. Hat er wieder nicht Maske getragen? Hat wieder zu viel Impfung in sich und deswegen. Nee, ich weiß es nicht. Tino ist ja auch so ein Schmächtiger. Vielleicht hat er einfach nicht so Immunsystem wie wir, Edelgerman. Wahrscheinlich, weil er nicht hier noch Fleisch frisst. Genau, das ist es. Was ich damit sagen will, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Von Tinko. Oh nee, scheiße. Von Herr Rotes Armloch in Vertretung. Wie geil ist das denn? Tja, dann auf jeden Fall an der Stelle ein gutes Besserungchen an Tinko. Vielleicht können wir die nächste Woche wiederholen. Ja, wir wiederholen den Podcast von heute. Selbe Themen, aber andere Besetzung. Nee, weil ich höre mir ja auch manchmal so andere Podcasts so kurz an, um so zu vergleichen, wie es ist mit dem Brennpunkt. Hier ist es immer so Robinson Crusoe. Ja, und den Film, da finde ich es besonders. Wichtig hervorzuheben, dass der Künstler da... Und du weißt ja, diesen Kontrast. Und ich denke dann immer so, boah, das würde ich gerne mal kritisieren. Aber selbst bin ich kein bisschen besser. Ich habe schon gesehen, ich bin auch gerade übersteuert. Auf der einen Seite hatten wir das ja, als wir noch im Radio waren, da hatten wir halt einfach das bessere Setup. Und auf der anderen Seite ist das ja auch hier Programm. Das ist ja von Anfang an Prämisse gewesen. Ach, ich habe das Klappermikro vergessen, dass es sehr präsent ist. Oh, das war jetzt übersteuert. Ja, also das Klappermikrofon, das ist ja jetzt ersetzt. Das war nicht das Mikrofon, sondern der Ständer vom Mikrofon. Okay, du hast ja gerade Ständer gesagt. Ich hasse alles. Kann ich Tino zurückhaben? Nein. Aber was ich haben kann, ist ganz viele tolle Kanzlerkandidaten. Die Woche war prall gefüllt mit tollen Themen rund um Politik. Genau genommen war die letzte Woche prall gefüllt mit einem Kanzler-Triell, das in dem Brandblock natürlich nicht vorgenommen werden könnte. Und wollen wir uns das direkt mal vorknüpfen, ja? Na, ich knüpfe mir das mal richtig vor mit dir. Findest du nicht auch, dass Triell so ein erfundenes Wort ist, irgendwie so emotional? Naja. Wie so ein ausgedachtes. Scheiße, jetzt haben wir gar nicht zwei. Was macht man jetzt? Wir nennen es einfach Triell. Alles steht ja jetzt unter diesem Stern, ja? Der Drei. Das Drei-Kanzler-Triell. Drei Worte. Ich mach das nicht. Alles irgendwie drei. Und man versucht das, glaube ich, da so ein bisschen einzubauen, dass man das halt überall wiederfindet. Die heilige Dreifaltigkeit der Scheißigkeit. Ähm, nee, aber also wirklich, ganz kurz nochmal. Ich weiß, ich muss da drauf eingehen, auch wenn du das übergehen willst, aber Triell. Es gibt ja dann das Quattriell, das Quintriell, Quintiell. Und es gibt Ariel, die Meerjungfrau. Gibt's auch, ja. Wie geht es dann weiter? Oktal? Oktriell? Also, ich glaub, das ist jetzt auch eher eine Ausnahme. Ist ja eher selten bisher gewesen, dass wirklich drei Kanzler zur Auswahl standen. Kann ja sein, dass das jetzt nicht jährlich mehr werden. Ja, jährlich wird's auch keine Wahl geben, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, also das große Triell, wie toll war das denn? Wir hatten gesehen Laschet, Baerbock und Scholl, die sich da aber einen gewaltigen Schlagabtausch geliefert haben. Wer war der dritte? Live im Fernsehen. Kommt drauf an, welchen dritten du jetzt meinst. Scholl? Der fühlt sich so, oder was? Der fühlt sich so. Wer fühlt sich? Wie Scholl. Achso, Sophie, ja. Ja, weil eigentlich heißt der Scholz. Ja, stimmt, Alter. Ich weiß auch nicht, wie ich... Habe ich das beim ersten Mal auch gesagt? Du hast es beide Male Scholl gesagt. Da hätt ich kurz gewohnt. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich wie Sophie Scholl. Nicht zu verwechseln mit dem SPD-Kanzlerkandidaten letztes Mal. Das war Martin Scholl. Ja. Ja. SPD macht Scholl. Okay. Genau. Gegen Berbo und Laschet? Lusche hat Oma Christel heute gesagt. Dass der parteiintern Lusche genannt wird. Ich habe Oma Christel nämlich mal gefragt, was ihre gute Freundin Antje Tillmann zum Laschet sagt. Ist das gerade hier Firmengeheimnis oder sowas, was ich hier ausplaudere? Ist mir egal. Ja, ist halt tatsächlich egal. Manche sagen auch, der sei lasch. Das ist alles sehr, sehr gut. Hat der bestimmt auch noch nie gehört in der Schule, in der dritten Klasse und ist deshalb so. Wahrscheinlich. Nee, also kann schon sein, dass der gute Herr sich wie Sophie Scholl fühlt. Nur halt anders. Nein, also. Ich verstehe schon. Das ist schon witzig. Also Sophie Scholl. Ich habe das jetzt wieder so lange nicht gehört. Damals hat man sich so daran gewöhnt, an diese dumme Aldi, diese Jana. Und jetzt habe ich das so lange nicht mehr gehört, dass ich diesen Sophie-Scholl-Vergleich jetzt wieder schlimm finde. Ja. Der lag ja, also der war ja richtig unter Feuer. Gerade gegen Ende. Da hat der Laschet gesagt. Ja, sie wollen ja mit den bösen Kommunisten paktieren oder was. Also da gab es ja richtig Raufhändel. Ich habe, also die ganze Zeit hat er sich so gelangweilt angefühlt. So wie, ich will hier nicht sein. Ich will eigentlich gar nicht Kanzler sein. Ja, ich denke, da werden die Berater gesagt haben, hier gib gegen Ende nochmal ein bisschen Fofo, dass du nicht hier wieder Scholl rüberkommst, der ja ganze Zeit nur einen auf Merkel macht. Und nur Demos organisiert und so. Genau. Und Zettel rumschmeißt und sowas. Ja. Nee, also ich finde halt bemerkenswert, dass einfach alle drei Personen absolut kein Charisma haben. Aber, also es ist einfach großartig. Ja, das ist aber leider, was in Deutschland aktuell ankommt, ne? Also, das ist... Ja, lauter Umfrage hinterher, ne? Also hat klar, der Laschet verloren und der, dachte ich vorher, gewinnt die Sache, weil er halt rein vom Sprachduktus am energischsten war. Ja, aber... Und das will halt tatsächlich Deutschland nicht, ja. Wenn der Wortduktus nur aus Bullshit besteht und das jeder merkt, dann gewinnt man halt so eine Umfrage nicht. Ja, mag sein, aber der geneigte CDU-Wähler merkt das, glaube ich, nicht. Mhm. Also, das... Deshalb nennen die den Parteien intern auch Lusche. Das Schlussstatement fand ich ja am allerbesten. Das wurde wirklich zunehmend beschissener. Also, Baerbock hatte schon nicht das Beste. Hey, die hat sich voll Mühe gegeben, die hat sich sogar vor das Pult gestellt. Die hat sich nach vorne gestellt. Richtig gut geübt. Ja, dann kam halt Sophie Scholz und war so mittel. Und dann kam Laschet, der halt wirklich eine Minute lang nur Worthülsen rausgehauen hat. Ja, das nicht geübt. Spüren Sie nicht den Wind. Spüren Sie nicht den Wind der Veränderung, dem wir uns mit Standhaftigkeit entgegenstellen. Oh, ich glaube, das ist wirklich... Ich weiß nicht, ich schätze dich so ein, dass du in der Schule auch so warst, ne? Du hattest ein Referat. Ja, sicher. Und hast dich eine Woche vorher nicht drauf vorbereitet. Und am Tag sagt der Lehrer, hey Robin, heute ist dein Referat. Und du so, fuck, welches Referat? Ach du Scheiße. Und dann stellst du dich vorhin hin und leierst irgendwas. Und ich glaube, so eine Situation war das. Ist richtig. Aber ich bin halt damit durchgekommen. Ja, noch sind nicht die Wahlen gewesen. Wir haben einmal einen Vortrag gemacht. Und da habe ich kurzerhand aus meinem Heft nach vorne diese Folie, diese Deckfolie, habe ich rausgerissen und habe da schnell so ein Mindmap drauf gemacht. Und diese Folie dann auf den Polylux gelegt. Hast du erzählt. Oh, das ist so gut, Mann. Also wirklich, du kannst adaptieren. Ich glaube, das liegt in der Familie. Das entdecke ich manchmal auch in meinem Vater so ein bisschen. So dieses im Leben, kurz bevor man sich in die Scheiße reitet, noch mal so links dran vorbeifahren. Ja. Ja, also wer ist denn für dich der Gewinner des Abends gewesen? Also rein jetzt wirklich von der Präsenz, jetzt scheißegal, wie gut irgendwie CDU oder sowas ist. Aber ja. Also ich sage mal, ich glaube schon, dass Scholz dadurch am besten ankam, dass er halt die Mutti so ein bisschen mirroert. Aber natürlich ist es von den Inhalten Baerbock, auch wenn ich die charakterlich ein bisschen blöde finde, aber das macht ja nichts. Ja, die ist halt auch irgendwie so, ich finde, die hat nicht das Gesicht, aber sie hat die Persönlichkeit Resting Bitch Face, wenn du verstehst, was ich meine. Und das ist, glaube ich, für viele unsympathisch. Ja, ich wünschte natürlich, dass es bei solchen Entscheidern nicht um die Sympathie ginge, aber nun ist es nur so mit der Demokratie, die wenigsten schauen auf Inhalte. Ja. Ja. Ich wollte nur eins sagen, die CDU befindet sich weiterhin im Abflug, aber Scholz will jetzt was dagegen unternehmen, äh, nicht Scholz, Laschet will was dagegen unternehmen. Er hat sich jetzt für einen Brückenwahlkampf entschieden, um die Brücke zwischen jetzt und der Bundeswahl zu schließen und wieder gute Umfragen zu kriegen. So, den wollte ich jetzt auch nochmal machen, weil der wurde in der Oase ignoriert. Ignoriert. Ich fand es nämlich so lustig. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es da so viel noch zu sagen gibt. Ich kann an dieser Stelle vielleicht mal einen Podcast empfehlen. Und zwar von, jetzt kommt's, Markus Lanz. Ich dachte schon von uns beiden, den, äh, guter war die Fische, aber nein. Ja, den können wir natürlich auch empfehlen. Ähm, ich weiß gar nicht, kommt der dann Mittwoch wahrscheinlich? Auch mal gucken. Wir wollen ja die, die geneigten Zuhörer nicht überfordern hier. Und, äh, nee, Markus Lanz und Richard David Precht haben jetzt zusammen einen Podcast. Die haben eine Folge hochgeladen und da nehmen sie auch dieses, äh, Triell auseinander und fand es sehr, sehr geil. Und, äh, fand Markus Lanz erstaunlich wenig anstrengend. Das ist gesagt, dass er nicht ganze Zeit zwischenlabert, ne? Genau, der hat nämlich, glaube ich, einfach auf seine eigene Sendung, hat der einfach keinen Bock. Aber bei diesem Podcast-Ding, da hat der richtig Bock gehabt. Und da war der nicht nervig. Also, Empfehlung geht raus. Wenn, wenn ihr ausnahmsweise mal einen anderen Podcast hört als diesen hier. Ja, Thema Podcast, das ist mir jetzt erst so wenige Minuten vor dem Brennpunkt aufgefallen, dass der, äh, Update-Podcast von Drosten jetzt wieder aus der Sommerpause zurück ist. Ich hab schon angefangen, den zu hören. Also, an alle Interessierten, weniger aber möglich, der kommt jetzt offenbar wieder. Cool. Ich hab den nicht gehört, aber ich weiß, dass der am Anfang sehr, sehr beliebt war. Oder alle so, oh Gott, was ist jetzt die nächste Woche? Was sind die Zahlen? Was ist los? Aber ich bin da nicht so hinterher gewesen. Also, ich hab schon mir fast daily irgendwie die Zahlen angeguckt. Aber ich wollte jetzt nicht so tief in die Lore einsteigen, sag ich mal. Ja, das geht auch sehr, sehr viel dann so um Studienauswertung gegen Ende. Also, am Anfang fassen die immer so ein bisschen zusammen, was so den Otto-Normal-Bürger interessiert. Aber gegen Ende dann so, ja, die Studieauswertung und bla und Kurve und Zahlen und ganz, ganz trocken. Und da, manchmal steige ich da auch aus und höre dann nur noch so Ambient, was man nicht machen sollte, weil da kommt man nicht mit. Hm. Anyways. Ach so, vielleicht sollten wir es einem nochmal ganz klar hervorheben, weil das für mich Highlight des Abends war und für dich ja, glaube ich, auch bei dem Triell. Denn wer es nicht gesehen hat, hat es wahrscheinlich nicht verstanden, dass Armin Laschet meinte zum Sophie Scholz, hey, distanzier dich doch klar mal von der Linken. Einfach sagen, ich mach es nicht. Ist ganz einfach. Drei Worte. Ich mach vier Worte. Ja, aber ich finde, ich finde halt, dass das Argument Valide, was ich aus meiner Kölner Freundesgruppe gehört habe, das ist natürlich reinisch, wer, ich mach es nicht, ne, das sind drei Worte. Mhm. Das, 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 das hat er wahrscheinlich so gedacht, ne. Wahrscheinlich. Ja gut, ansonsten habe ich noch ein Highlight-Video diese Woche, denn da hat die Realität mal wieder die, die, die Satire outzartiert. Ansonsten habe ich irgendeine, das war jetzt eine Scheiß-Überleitung, jetzt machst du mir bitte nochmal eine ordentliche. Apropos Armin Laschet, ich habe ein Taliban-Video gesehen. Okay. Haben sie wieder lustige Sachen gemacht? Ja, also das, wie gesagt, das ist halt mehr Satire als Satire. Es gibt ein Taliban-Video, wie sie mit AKs hinter einem Nachrichtensprecher stehen und der dann so vorliest, hallo Leute, keine Sorge, es ist alles gut, euch, ihr braucht keine Angst zu haben, unsere neuen, äh, Machthaber, die sind ganz nett. Während im Hintergrund halt ganz viele Leute mit Waffen stehen. Ja. Das war, das war so ein kleines, das, das würde man halt vor 20 Jahren in irgendwelchen, weißt du, so, haha, Monty Python oder was auch immer so, wir, wir machen jetzt hier mal einen Witz, aber es ist halt die Realität, es ist großartig. Ja, die müssen auch erst lernen, wie man glaubwürdig lügt, ne, das musste die CDU auch, äh, erst üben, das kann die inzwischen, die sind jetzt neu auf, das ist ja jetzt erst eine Demokratie geworden, in Afghanistan, die müssen jetzt erst mal lernen, wie man sowas macht, ne. Ja. Ja, ich hab hier den Stichpunkt, in Afghanistan freuen sie sich, weil der Abzug ja jetzt offenbar einigermaßen vonstatten gegangen wurde und da wurde ganz, ganz viel rumgeschossen, aber mehr hab ich da auch gar nicht mehr zu. Ach, so ist das, wenn viel geschossen wird, da freuen die sich. Nein, die, die Leute haben sich gefreut, das ist ja komisch. Der Zweite Weltkrieg war ein großes Volksfest. Die sind da so komisch, wenn die sich freuen, dann schießen die in die Luft. Ja, ich weiß. Achte mal drauf. Die können sich halt kein Feuerwerk leisten. Und ich glaub, die Leute, die sich nicht gefreut haben, die sind jetzt leider nicht mehr im Medienspotlight, ähm, was willst du machen? Ja. Ja, außerdem hat die Taliban einfach deklariert, dass ihr bester Verbündeter China ist, damit ist der Kreis geschlossen zum nächsten Thema. Denn China hat jetzt verboten, dass Kinder unter der Woche zocken und selbst am Wochenende dürfen sie nur eine Stunde am Tag. Was sagen wir denn dazu? Ja, krass. Meine Mutti war fast so fies wie China. War das so schlimm? Nein, haut ab, nee, haut nicht hin. Natürlich nicht, aber... Ich kenn das doch, du hast doch übelst gesuchtelt. Ich hatte auch Verbote in meiner Zockzeit, aber ich glaube nicht, dass die staatlich auferlegt war, aber die kriegen das kontrolliert, ja, die kriegen das umgesetzt. Na, das läuft alles über irgendwie Kreditkarten von Eltern und Registrierungen. Das ist echt, ja, ein Träumchen dieser Staat. Ja, deshalb, also auch wenn Deutschland aktuell in der Hinsicht total stabil ist, ich find's immer wieder gut, wenn Leute die Augen offen halten und einmal mehr sagen, ey, hier Fingerabdruck auf dem Ausweis, das ist scheiße. Warum, obwohl man, obwohl nicht zu erwarten ist, dass sowas in Deutschland passiert, aber das ist natürlich ein schleichender Prozess und wir sehen, dass es halt geht, ne? Ja, ich sag dazu ja immer wieder einfach keine Sachen implementieren, von denen man nicht haben wollen würde, dass ein Hitler diese Sachen hat. Also, sobald dann mal irgendwie der Wind umschwingt und diese ganzen Mechanismen einmal da sind, werden sie auch ausgenutzt. Ja, das ist übrigens, um die Kinder nicht krank zu machen, weil das ist ungesund. Ich frag mich, ach so, nee, warte, das ist gerade wieder rassistisch, was ich denke. Diese ganzen StarCraft-Profis, die kommen, glaub ich, aus Südkorea, das war gar nicht China. Aber das ist ja dann auch nicht, also, es gibt ja Leute, die einfach beruflich zocken oder Videospieljournalisten oder so sind. Klar, das gilt jetzt erst mal nur für Kinder, aber in der Zukunft, was machen die dann? Also, da wird's keine Pro-Gamer mehr geben. Die werden nicht mehr rangezüchtet. Das Gute ist, wenn Gronken ein Chinese wäre, hätten wir nur ein Let's Play in der Woche. Ja, das Gute wäre, dass ich dann auch seine hässlichen Synchros wahrscheinlich mir nicht anhören müsste, weil die dann auf Chinesisch wären. Ja, das ist ein netter Typ, aber ich finde dieses, wir hatten das ganz oft. Hatten wir ganz oft, er hat nur gerade erst wieder eine Synchro rausgehauen und zufälligerweise, ich weiß auch nicht, wie der Algorithmus das rausgefunden hat, wurde mir ein YouTube-Video empfohlen. This is why the Celebrity-Sation of Synchronsprecher-Scheiße ist dumm. So ungefähr. Ja. Gut, dass wir von China auf Gronke gekommen sind. Ja, also, auf den Fall, dass ich ihm irgendwann mal wirklich begegnen sollte. Er ist ja ein schlechter Synchronsprecher, aber es ist schon so. Und dann sagt der Gronke, Moment, in diesem Brennpunkt 129 hast du mal gesagt, dass du wünschst, ich wäre ein Chinese. Hey, ohne Scheiß, auf der Dokumi, ne? Ich habe ja, ich habe vor ein paar Monaten mit Stress hier aus irgendeinem Grund nochmal Eblali geguckt und das erste Video, was auf seinem Kanal ist, habe ich offenbar vor zehn Jahren mal gedisliked. Oh nein. Und sie hat es wieder angeguckt und sie fand es halt enorm lustig, ne? Oh. Und dann habe ich halt den wieder auf der Dokumi halt gesehen und ich habe ja nicht so ein großes Interesse an ihm in der Tat, ne? Aber ich hatte dann wieder so ein schlechtes Gewissen, weil ich ja einer Fanboy mache und in Wirklichkeit wetter ich immer total gegen den. So nicht, ne? Aber er hat halt Drachenlord den Zahn rausgeschlagen, so, ne? Moment, was? Und wenn das gleich jetzt mit Gronke passiert, das wäre natürlich bedauerlich. Also, gute Synchronsprecher, aber es gibt auch Synchronsprecher, die nur wegen ihrer Rolle gecastet sind, wegen ihrer Let's-Play-Rolle und das finde ich nicht gut. Aber nichts Gronke. Fuck, du hast gerade wieder so einen Gag mit 38 Böden gemacht, ne? Für den ich zu Outside the Bubble bin. Das war dieses, irgendwas hat Eblali gemacht, deswegen sind Hater zum Drachenlord und haben ihn verprügelt. Danke dafür, Eblali. War das das? Haut hin, ja. Okay. Uiuiui. Ich bin da nicht ganz so deep eingepflegt in dieses Drachengame. Aber gut. Wo ich mich tiefer eingepflegt habe, ist der Valomat. Ja, den habe ich hier auch stehen. Den hast du hier auch stehen. Hast du den mal gegen geöffnet, so halb geöffnet? Den hatte ich halb offen zwischenzeitlich und die Ergebnisse haben mich in keinster Weise überrascht. Also, viel geholfen hat er mir nicht. Ich bin jetzt in derselben Situation, wie vorher, sagen wir. Darüber hinaus, wenn ich das kurz ergänzen darf, wurde mir ein weiterer Valnomad-ähnlicher Automat geschickt, sag ich mal. Der nicht nach Wahlprogrammen geht, sondern nach wie die Parteien in der letzten Zeit halt abgestimmt haben. Okay. Und daraus bin ich schlau geworden, sag ich dir. Pass auf, folgendes Ergebnis. So, alle Parteien, die im Bundestag sind, hatte ich so 50 Prozent plus minus drei Prozentpunkte Übereinstimmung. Außer bei der AfD, da hatte ich weniger. So, wen soll ich wählen? Ja, alle. Ja, ich wollte eigentlich drauf hinaus, ja, Valomatis das, machen wir vielleicht ein bisschen deeper in, wie nennen wir das jetzt? Das ist ja nicht Butter, aber wir hatten noch was. Butter, 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 will be. Welt.de hat einen Tweet veröffentlicht, beziehungsweise eine Schreiberin von Welt.de, was ja auch irgendwie, das ist ja quasi Bild nur spiegelverkehrt oder sowas. Und hat gesagt, hier, der Valomat, der ist voll tendenziös, plötzlich sind ich und meine Bekannten alle rechts. Das ist ganz komisch. Und da gab es einen sehr witzigen Twitter-Shitstorm. Also da habe ich mich ein bisschen gefreut. Na, da steht ja auch, in welchen Punkten man übereinstimmt. Schlau ist es immer, nachdem man die Wahl, beziehungsweise nach der Valomat die Empfehlung gegeben hat, nochmal die Programme zu lesen. Na, das ist richtig. Wenn man mit rechten Parteien viel übereinstimmt, ist mir nicht unbedingt rechts, kann ja auch sein, dass NPD plötzlich links ist. Kann auch sein, ja. Es ist ja nationalsozial. Also in ein paar Themen, da stimmen die sich schon überein. Ja, also bei Welt sollte man, glaube ich, die Augen offen halten. Die sind, glaube ich, auch Unterspringer. Kann das sein? Ich denke schon, ja. Ja. Deswegen. Ja, aber war ganz witzig. Ich kann auch nichts dafür. Hallo? Hä? Ich beantworte die Fragen ganz normal. Und auf einmal bin ich NPD-Wähler? Na ja. Na ja. Na ja. Vielleicht hat man ja übereinstimmende Punkte, die durchaus gerechtfertigt sind. Aber was ich eh so ein bisschen semischlau finde, ist, dass irgendwie ungefähr jeder sein scheiß Valomat-Ergebnis postet. Damit macht man sich doch komplett nackig. Meinst du? Na ja. Wird da jetzt wieder so eine Antifa-Liste angelegt? Ich will jetzt nichts ins Internet blasen, was nicht irgendwie später ein Hitler lesen könnte. Ach so. Hm. Ja. Ich finde, meine zwischenmenschlichen Beziehungen sollten nicht durch meine politische Einstellung getrübt sein. Na gut. Oder durch deren. Also, ich sehe das sehr, sehr offen. Wo wir gerade von zwischenmenschlicher Beziehung reden. Ich habe diese Woche das erste Mal richtig VR gespielt. Ah ja, du hast sehr gestremt. Erzähl. Wurde dir schlecht oder so? Oder ging es komplett gut? Ich brauche jetzt gar keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr. Ich lebe jetzt einfach in dieser Welt. Also, es war so 80 Prozent geil und 20 Prozent nicht so geil. Aber das hat auch daran gelegen, dass zum Beispiel Urwill eingelöst hat, ich soll mich 20 Mal im Kreis drehen. Die Idee hatte ich auch. Das gibt es doch nicht. Von da an ging es halt wirklich bergab. Dann habe ich wirklich erst mal fünf Minuten nur auf den Boden gelegen und dann mich langsam wieder resettet und dann ging es. Und wenn dann auch die Ballerei losging und man halt nicht nur rumläuft, sondern wirklich irgendwie aktiv was macht, dann ist es schon auch sehr geil gewesen. Aber ich sehe es immer noch nicht irgendwie das traditionelle Zocken ablösen. Das ist einfach mir zu anstrengend auf Dauer. Ich glaube, das will es auch gar nicht. Das hat ja die Wii auch nie gemacht oder gewollt oder Kinect oder hast du nicht gesehen. Oder die Wii U. Die Wii U, die hat es, naja, die hat es ja nicht mehr phasenweise hingekriegt. Jedes Mal, wenn ich auf Reddit irgend so einen Wii U-Post sehe, muss ich an dich denken. Das ist richtig schön. Das ist aber süß. Welche von diesen gescheiterten Konsolen macht euch am traurigsten? Solche Bilder sehe ich dann immer. Wurde die PS Vita überhaupt aufgezählt? Die war dabei, ja. So. Ja. Der ist eine relevante Konsole gewesen, wer ist denn dabei gewesen? Amiga war, glaube ich, noch dabei. Egal. Naja, auf jeden Fall war das schon ganz witzig. Half-Life Alyx ist auch sehr geil. Ich bin auch ziemlich gehypt, jetzt Montag endlich weiterzumachen. Und was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwas war es noch. Ich wollte noch gerne fragen, wie du im Allgemeinen zu Motion Sickness dich verhältst. Das ging halt und ich hab jetzt, pass auf, ich hab ja dann auch noch zwischendrin mal ein bisschen so rumprobiert nach dem Stream und so. Und ich kann mein Gehirn richtig geil verarschen. Also du hast ja zwei Möglichkeiten, dich in VR fortzubewegen. Entweder teleportieren, was halt für mich super angenehm ist. Oder wirklich so eine fließende, wie halt in jedem Ego-Shooter, so eine fließende Vorwärtsbewegung. Und wenn ich mir ganz kurz vorstelle, dass ich jetzt auf einem Segway stehe, dann geht das besser, als wenn ich einfach denke, ich laufe jetzt nach vorne. Das ist richtig dumm. Da kann man voll die Studien zu machen, ne? Es ist aber übelst dumm. Also ich verarsche mich selbst, aber ich weiß, dass ich mich verarsche und dadurch ist es so dumm. Nee, man kann ja auch den Placebo-Effekt in sich hervorrufen, ohne überhaupt ein Placebo zu nehmen. So krass geht das, ne? Aber nice, man. Naja, der Nachteil bei Teleportation ist ja, dass es die Immersion und die Orientierung zerstört. Und der Nachteil bei diesem Rail, oder wie das heißt, dieses Steering, ist ja, dass du halt kotzt. Ja. Da muss man halt abwägen, ne? Ja. Dann halt irgendwie einen Party-Simulator, dann kannst du, dann ist das ein Feature einfach, das Kotzen. Okay, ja. Ja. Was auch ist... Ja, bevor du die Überleitung... Oder ist dir jetzt gut? Nee, nee, nicht, die ist sehr erzwungen. Sorry, Jules. Ich wollte nur was kurz aus meinem Leben erzählen, weil in der Tat hatte ich diese Woche Seminar und hab auch was über VR erzählt. Das war's schon. Geil. Ja, Basti ist ja auch gerade hart involviert und der wollte auch demnächst das Mal mit dem Stream vielleicht verknülpern. Der macht das ja an der Uni. Ist der noch ein Weimar an der Uni? Ja, ja. Ja, der Lehrstuhl für VR in Weimar ist halt krass. Ja, die sind wohl gerade ein bisschen überfordert, aber ich will ja jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt gerade. Aber es ist schon... Jetzt gerade, ja. Das sind halt unterbesetzt so ein bisschen. Also wenn ihr Bock habt, geht da mal hin, ins Lab. Und Spoiler, ihr habt höchstwahrscheinlich keinen Bock. Weil unter... Also ich weiß, das sind krasse Arbeitsbedingungen in der Tat. Naja, aber auf jeden Fall hat er da schon geile Ambitionen, hat sich jetzt auch schnell aus so einem, wie sagt man hier, so einem Baukasten kannst du ja relativ schnell ein Spiel bauen und will halt irgendwie schauen, wie man VR mit Publikumsinteraktion vielleicht kreativ verbinden kann. Und sein erster Probeansatz ist jetzt, dass du halt so ein Space Shuttle irgendwie fliegst und halt irgendwie Gegner abschießt, was weiß ich, im Weltall. Hast aber hinten noch deine Besatzung mit drin sitzen, die im besten Fall auch alle VR aufhaben. Und das wollen wir vielleicht mal in einem Stream testen. Also das kann man theoretisch auch einfach mit dem Desktop so sich angucken, aber ist natürlich nicht das Gleiche. Und das ist so ein ganz grober Ansatz. Ja. Ich sehe, du bist beeindruckt. Nee, ich denke gerade drüber nach, weil Basti hat ja schon ein Weilchen seinen Master. Ja. Der wird ja wahrscheinlich eine seiner Veröffentlichungen zu machen, denke ich mal. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt auch schon wieder zu viel gespoilert und das ist noch gar nicht Public Information. Ja gut, das musst du bei ihm auf jeden Fall nochmal gegenklären, aber der Brandpunkt ist jetzt draußen. Ja. Grüße an Basti. Ja, ja, ja. Sehr interessant. Ich finde, VR, das hat noch so viele Forschungsfelder. Da ist noch so viel offen und kann noch so viel optimiert werden und alles. Das ist echt krass. Ja. Mal schauen. Also ich glaube, ich wäre auf jeden Fall mehr bereit, wirklich diese körperliche Anstrengung auf mich zu nehmen, dauerhaft. Und das wirklich dann statt traditionell im Zocken zu machen, wenn du wirklich in so einem Gürtel anhast, auf einem Laufband läufst, dass du halt wirklich die Dinge spürst, die du da machst. Und nicht, du hebst irgendwie einen Eimer hoch, aber es wiegt halt nichts. Das lohnt sich dann irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Das ist halt scheine teuer und halt, wie gesagt, noch nicht komplett erforscht. Was willst du für Geräte bauen, die deine Hand den Eindruck geben, du hebst gerade was Schweres hoch. Klar kannst du irgendwie so Gummibänder dran machen, aber dann storpelst du dann wieder drüber und bla, kannst du... Ja, aber irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also ich habe das schon gesehen, dass es so Ganzkörper-Suits gibt oder halt so ein Laufband, was im Kreis läuft, wie jemand da mit GTA spielt. Also in diese Richtung ist, glaube ich, noch viel Potenzial. Ja. Wo auch Potenzial drin ist. Ja. Suche ich mir mal kurz ein Thema raus. In den Windstärken in der USA. Ja, da war wieder Event, ne? Ja. E-Wind könnte man sagen. E-Wind, ja. Und E-Sturm und E-Wasser war da auch. Ja. Also klassischer E-Hurricane. Ja. Na, ganz New York stand unter Wasser. Ja, aber es hat schon immer Überschwemmungen gegeben, Robin. Ist richtig. Okay, nächstes Thema. Nee, also da gab es halt... Es wiederholt sich, ne? Ja. Ist auch lange langweilig. Wir beenden den Brennpunkt an dieser Stelle, weil jetzt, ja, also Voraussicht, da kommen jetzt halt Hitzewellen und Flutwellen so. Was soll man sagen, ne? Es ist halt immer das Gleiche. Es ist halt jetzt Klimawandel und weiß ich nicht. Wir können jetzt über jeden Scheiß berichten. Richtig. Da war die Taliban-Scheiße, war jetzt nochmal eine schöne Abwechslung. Ja. Nee, es gab auf jeden Fall gute Videos aus ganz New York, wie dann die Autos wirklich komplett unter Wasser sind und da Leute wieder mit dem Boot lang paddeln. Ja, und Subway-Stations. Das ist doch Holz im. Ja, genau. Das ist so der Lichtstreifen am Horizont. Die Leute mit ihrem Kajak oder so ein Typ, der irgendwie eine Shisha raucht, während er auf so einer Luftmatratze liegt und durch so eine Seitengasse durchschwimmt. Das ist schön. Shish? Gibt's eigentlich schon das Jugendwort? Shish, nee. Aber das sollte jetzt demnächst passieren, ja. Bin ich gespannt. Ich glaube, das ist größer als die Bundestagswahl. Was mir aufgefallen, Robin, ist, was dir, glaube ich, schon wieder völlig entfallen ist, weißt du, was noch demnächst passiert? Was Satzbau du gesagt hast? Bitte? Was Satzbau du gesagt hast? Was Satzbau ich gesagt habe? Weißt du, was auch demnächst passiert, was du bestimmt nicht auf dem Schirm hast? Regen. Äh, Neus. Ach, stimmt. Ja. Das ist, äh, so ein, so ein, so ein Ärztenei-Mittel. Ja. Ist nämlich jetzt September, geht jetzt nämlich wieder los. Neus, Ärzte. Warte, ich find's schneller raus, als du in deinem Hirn das findest. 7. September? 10. September schon. Oh, oh gut. Das ist in sechs Tagen. Wisst du? Da können wir ja gleich einen zweiten Ärzte-Podcast zumachen. Aber Neus ist doch nur eine Single, dachte ich. Das ist die Single. Das Album kommt erst zwei, drei Wochen später. Bin ich ehrlich? Ah, am 24. kommt das Album. Ich bin Realtag, heute ist der fünfte, neunte, es ist zwölf Uhr. Es ist nicht der, ist egal. Ja. Erst Dunkel Single von geil. Ja, äh, hab ich Bock. Ich bin milde, milde gehypt, weil ich hab das Gefühl, die, die wird besser. Also ich fand ja die letzte nicht scheiße, ne? Aber ich hab ja gesagt, da war jetzt kein, so ein, so ein Jahrzehnte-Hit dabei. Und hier bin ich milde gehypt. Okay. So, so, äh, bin ich nicht aufgelegt. Ich denke, äh, da gar nicht drüber nach. Ich freu mich einfach drauf. Ähm, weißt du, worauf ich noch gehypt war? Ja, nein. Also, ich mein, es gab einen, einen ersten Teil, äh, von den Ärzte-Albumen und einen zweiten Teil von den Ärzte-Albumen. Der zweite kommt jetzt. Und von was kam noch ein zweiter Teil? Äh, genau. Dragons Dogma. Nee, leider nicht. Es wurde wieder fleißig zerstört. Ach so, Renzo. Oh, da, da muss ja direkt was loswerden, ne? Nee, wir sind jetzt auch gerade noch ein bisschen bei New York, geht unter und so. Das haut schon hin. Also, was muss so loswerden? Nee, es geht ja um Renzo. So. Und der, der hat ja das auch zum Thema gemacht, quasi, dass New York untergeht. Also, Klimawandel ist schon der Schwerpunkt in seinem neuesten Video, der zweite von drei Teilen, Zerstörung zur Bundestagswahl oder ich weiß gar nicht, was, was der Überbegriff dafür sein soll. Und in diesem Teil richtet er sich ganz am Ende ganz bewusst an die älteren Leute mit so einem Aufruf, ja? Hey, hier, eure Kinder, eure Enkel, bla bla. Und dann check ich das nicht, wieso er wirklich das nicht unterbinden kann, in seinen Videos so zu reden. Ich, wirklich. Also, ich, ich, ne? Ich stehe der Person jetzt nicht irgendwie negativ oder positiv gegenüber, ist mir, ist okay, ja? Ist ein netter Typ, so. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ja persönliche Probleme habe. Aber dann denke ich mir, ey, wenn du dann wirklich alte Leute ansprechen willst, dann kannst du doch nicht, da gibt's ein Kapitel in dem Video, das hieß irgendwie absolut zass oder so, ja? Das checkt doch keiner. So. Ja, bin ich zügelspalten. Die Frage ist, wäre er authentisch, wenn er es nicht machen würde, so? Na, er kann ja trotzdem genauso reden, wie er redet, aber halt seine englischen Wörter weglassen. Das ist doch dann nicht unauthentisch. Ja, und es ist ein interessanter Punkt. Wenn du in der Schule einen Vortrag hältst, dann redest du ja auch nicht so. Dann kannst du auch natürlich sein. Also, ich weiß nicht. Der stellt sich natürlich dann die Frage, ob er dann noch die sechs Millionen Jungen erreicht, die so eine Videonummer kriegt, ne? Natürlich würde das jetzt so sein, ne? Aber die gucken das doch nicht, weil der so cool redet. Und die gucken den halt in general, glaube ich, weil er so ein bisschen ein Trendsetter ist und mit der Time Goat. Gott, Alter. Ja, aber an sich, solides Video. Kann man machen. War jetzt nicht so die neueste Information drin. Ja, aber es war nochmal prägnant, gerade für Leute, die es halt wahrscheinlich nicht so interessiert und die immer noch auf diesem Trichter sind. Von Gewitter gab es schon immer und ein paar Wissenschaftler sind sich ja doch nicht einig und dann werden dann irgendwelche Pappnasen genannt, wie Horst Lüding oder so. Also, er hat nochmal hervorgehoben, dass es wirklich, 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 wirklich kein Zweifel gibt. Und ich glaube, damit hat er noch ein paar erreicht, die es vielleicht doch noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, wäre ja schön, wenn. Also, ich will das, ich wollte jetzt auch das Video nicht komplett damit schlecht reden. Ich habe das nur gerade halt mit diesem Appell ganz am Ende, habe ich, ich habe mir das während des Videos schon gedacht. Und dann kam halt das am Ende und dann dachte ich, ach komm, warum? Egal. Ja, also gut zusammengefasst, ja, Punkt. Ich weiß nicht. Also, es war, ich hoffe wieder, dass es irgendwie brachials viele Aufrufe kriegt, weil es schon wichtig ist. Aber für mich war jetzt nicht so der eine Punkt drin, wo du sagst, hier, gucke mal. Aber ja. Ja, ja, was könnte denn so ein Punkt sein? Oder was war mal so ein Punkt? Na, irgendwie, ja, was war mal so ein Punkt? Und jetzt habe ich die alten Zerstörungen. Naja, da waren halt schon immer mal so kleine Politiker-Skandale drin, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Und gefühlt war es jetzt, also gut, ich bin jetzt auch in ein paar Jahren ein bisschen tiefer in diese Bubble eingepflegt worden. Aber da war jetzt halt nichts, was man nicht schon irgendwie mal gehört hatte für mich gefühlt. Ja. Aber klar, irgend so ein Zwölfjähriger hat das alles noch nicht gehört wahrscheinlich. Der wählt wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist schon nochmal krass, allen zu schreiben, warum Politiker so. Irrational handeln, weil halt ein Großteil der Mächtigen bis zum Ansatz im Arsch der Lobby steckt. Der Lobby steckt und hohe Geldbeträge, der Lobby, viele Geldbeträge halt fließen, ne. Und das wusste ich früher gar nicht so krass, ne, dass das der Punkt ist. Oder ich hatte es nicht auf dem Schirm, ne. Es kommt doch alles auf die Kohle raus. Die wollen sich, ja, die Kohle und die Kohle, ne. Die versuchen irgendwie das mit irgendwelchen Bergarbeitern zu rechtfertigen, dass das 38 sein muss, obwohl es fernab von sinnvoll und realistisch ist, ne. Und natürlich liegt es daran, dass die was zugeschoben bekommen, ne. Und das sollte eigentlich auch klar sein. Und wenn jeder, der überlegt, okay, CDU oder jemand anders, wenn er das wüsste, dann würden die Zahlen, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber dazu mehr im Panemkast. Ja. Ich finde es halt auch hart, dass man halt so, also er nimmt ein Beispiel zum Beispiel von einem Politiker, der so schon um die 100.000 kriegt. Oder vielleicht war es auch nur so über den Kopf, weiß ich gerade nicht. Oder dass das so ein Durchschnittswert, keine Ahnung. Und das ist halt, das ist halt ein solides Gehalt. Und wenn man dafür aber dann nochmal extra irgendwie 100.000 im Jahr einnimmt, nur dafür, dass dann man greenlightet, dass irgendwelche Dörfer platt gemacht werden. Das ist halt hart. Also, das irgendwie so mit sich vereinbaren zu können. Oder vielleicht hat man das dann nicht so auf dem Schirm. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, Ignoranz. Man denkt sich, ja, das eine, das ist ja nicht so schlimm. Und dann denkt sich der nächste, ach ja, das eine, das ist nicht so schlimm. Und wenn du mal irgendwie eine Ja-Stimme machst, naja, ist ja nur eine Stimme, aber dafür so viel Geld und so. Und ich glaube, das ist nicht, dass die böse sind. Die sind einfach fickend ignorant. Also, wenn ich mich versuche, in so eine Person reinzuversetzen, komme ich da halt raus, weil keiner ist ja irgendwie proaktiv böse. Ja, ist schon klar, dass der Politiker jetzt nicht sagt, ach guck mal, ja, die Dörfer werden mal da weg und den Wald zünden mal an. Geil, ich will die Welt brennen sehen. Aber dass man halt sagt, okay, ja, aber nur für die 100.000, machen wir das jetzt. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Ist natürlich die Frage, würdest du anders reagieren? Würdest du ab einem höheren Betrag irgendwann doch sagen, okay, ich stimme für Ja oder entsprechend für Nein? Na, ich sehe es halt im Verhältnis zu, wenn du eh schon 100.000 oder noch mehr im Jahr verdienst, dann aus meiner, aber halt sehr sparsam lebenden Sicht und so, brauchst du halt nicht nochmal 100.000. Aber das ist natürlich ein Kreislauf so, wenn du da einmal bist, dann nimm mir noch mehr und dann noch mehr. Aber im Prinzip, also, nee, ich kann mich da nicht ganz reinfühlen. Dann hätten wir mal die Millionärswahl gewonnen, dann wärst du jetzt ein richtiger Raffzahn. Ja, da war ja damals schon der Kommunismus gepredigt, hey, wir teilen auf. Ich weiß, ich erinnere mich. Ja, äh, ja, Renzo, hast du dazu noch was, weil, wie gesagt, für mich ist jetzt nicht so viel Bemerkenswertes. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber ich habe ihn wieder verloren und ich kam jetzt nicht wieder drauf. Das liegt bestimmt daran, dass du vom geilen neuen Song von ABBA abgelenkt warst. Nee, gar nicht, ich kenne den nicht. ABBA gelenkt. Du kennst den nicht, aber extra für Tino nehme ich ihn hier rein. Er ist wieder erwarten, kein Partyknüller, ist mehr so ein epischer, naja, so ein, ach, guck mal, uns gibt's noch Song. Und er ist okay, der ist sogar ziemlich gut, würde ich sagen, aber das ist nichts, was ich jetzt so mir mal anhöre, sage ich mal. Also, ABBA hat für mich halt so geile Disco-Songs und das ist sowas nicht, das ist eher so eine Ballade, die sich halt so zuspitzt. Und das Ende ist super weird, Alter, vielleicht guckst du dir das ja doch mal an. Ja, kann sein. Weil die sind ja mittlerweile um die 70. Und am Ende stehen die da auf so einer künstlichen, Corona-bedingten Bühne. So alles digital. Und die sehen ganz komisch aus. Also, die sind offensichtlich nicht mehr ihre jungen Ichs. Aber gleichzeitig sehen die so richtig komisch digital jünger gemacht aus. Also, diese Agnes hat er jetzt, oder ne, Agneter heißt die, keine Ahnung, die hat jetzt rote Haare und sieht halt eher so aus wie so 40, 50. Und der Typ daneben sieht so aus wie immer. Das ist ganz komisch irgendwie. Vielleicht wollten die nicht da jetzt wirklich so, ja, so Pflegefälle auf die Bühne stellen. Ich kann dir auch nicht sagen, wie ABBA vorher aussah, muss ich jetzt leider gestehen. Also, kann ich mir gerne mal angucken. Weißt du, da bist du jetzt ignorant. Das ist, guck doch mal, seit 40 Jahren haben die Menschen diese Band vermisst. Ja, also, etwas zu ignorieren ist ja nicht gleich ignorant. Nee, du, das ist die Ignoranz dem Erfolg gegenüber. Das ist ein großes Thema diese Woche, ja. Werden mal mehr Leute dem Erfolg gegenüber ignorant, dann werden die nicht erfolgreich. Die Woche hat übrigens beim WWF haben wieder zwei gegeneinander gekämpft. Ja, das ist witzig. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, ja. War ganz emotional. Ja, so zwei Panda-Bären. Haben sich so auf Stühle geworfen aus dem Käfig. Ja, Panda-Bären. Wo wir bei anderen fetten Wesen sind. James Corden. Ja, Alter, der hat echt einfach so Pferdescheiße gegessen, ne? So Pferde-Pillen. Das ist der halt nicht. Ach so, schade. Ups, hab ich mir nicht aufgepasst. James Corden hat, wir sind ja so Pränkster, ne? Wir kennen uns ja richtig aus in dem Game. Und James Corden ist so ein hässlicher, amerikanischer Talkshow-Host. Ja. Ne, der kommt aus England, ist aber in Amerika jetzt irgendwie sehr erfolgreich. Und der kann irgendwie nichts. Keiner mag den irgendwie. Das ist ganz komisch. Es ist fast wie Markus Lanz, nur ganz anders. Auf jeden Fall macht der halt immer so komische Musicals. Während Autos an der roten Ampel stehen, fährt er dann halt so seine kostümierten Leute auf und macht dann halt so seine Nummer. Und wenn die Ampel grün ist, dann müssen sie ganz schnell weggehen. Und das ist dann Humor. Quasi diese Jonglierer, die man kennt, nur auf Steroiden. Genau, genau das. So, und da ist nämlich diese Woche so ein Video viral gegangen, weil das ist ja immer super krass editiert und Mucke drüber. Und haha, wir haben so eine gute Zeit. Und einer hat aber aus so einem Auto rausgefilmt, wie das tatsächlich ist, während die da machen. So, und alle singen übelst scheiße. Er kommt zum Beifahrerfenster und wedelt seinen Sack in seinem hässlichen Mauskostüm so Richtung Fenster. Und es ist alles super awkward. Wie wedelt sein Sack? Naja, der hat halt so ein Mauskostüm an und macht so, du kennst das doch, wenn man die Hände so hinter den Kopf macht, so dass die Ellenbogen links und rechts und dann so eine Hüftbewegung, so die Luft wegbumsen. Das ist dann Humor und der macht das da. Und das ist sehr, sehr witzig, wie scheiße das ist. Okay, ja, also da können auf jeden Fall jetzt all unsere amerikanischen Zuhörer relaten, die diese Sendung kennen. Ja, ich glaube, es gibt ein paar Leute, die James Corden kennen. Der hat dieses Carpool Karaoke gemacht und das ist super erfolgreich. Das kennst du bestimmt. Ja, das Carpool Karaoke oder es gibt in Amerika ja auch diesen einen Typ, der so Pferdemittel gegessen hat gegen Corona. Richtig, Joe Rogan und Alex Jones haben das beide gemacht. Alex Jones hat, glaube ich, gar keinen Corona, gerade weiß ich gar nicht. Aber Joe Rogan ist der erfolgreichste Podcaster aller Zeiten, also unser Sugar Daddy quasi. Aber wahrscheinlich auch nur, weil Lotte den nicht rausgeschmissen hat. Du bist so hässlich. Joe Rona ist das jetzt. Und der hat halt gesagt, ja, als ich das rausgefunden habe, habe ich erst mal so ganz komischen Medizin-Cocktail genommen. Wir haben wirklich alles geholt, was geht. Unter anderem halt diesen Horse-Dewormer, einen Pferde-Entwormer. Ganz, ganz abartig. Und die wollen sich halt alle nicht impfen lassen, aber Pferdemedizin nehmen. Das wollen sie. Naja, wahrscheinlich war das Zulassungsverfahren von dem Horse-Dewormer ein bisschen länger als der von dem Impfstoff. Ja, das wird sein. Ja, das ist schon dann sicher. Nur halt für Pferde und nicht für Menschen. Naja, aber war irgendwas oder? Na, der hat das gestern erst genommen. Also, wenn der, die Leute haben in den Kommentaren gesagt, dass es sich auf jeden Fall die Seele aus dem Leib scheißen wird. Mh, da bleiben wir gespannt, ne? Wer weiß, ob Durchfall gegen Corona. Ich meine ja so, wenn man auf dem Pod sitzt, trifft man keine Leute, man kriegt kein Corona. Ja. Und Alex Jones war halt, wie gesagt, auch direkt in die Bresche gesprungen und hat das auch gemacht. Hat gesagt, ja, hier, guck mal, ihr könnt mir gar nichts, Fauci, also der, das ist quasi der Drosten aus Amerika. Hier, du Assi, du willst mich umbringen. Hier, guck, ich nehm das, zack. Und, ähm, schreit halt rum und sagt dann, das hatte ich dir vorhin noch geschrieben, ja, Joe Rogan, hä? Der hat 300 Millionen, der kann gar nicht dumm sein, hat er quasi so gesagt. Aber zeitgleich sind sie halt ganz große Bill Gates-Hater. Der ja vielleicht noch ein bisschen mehr Geld hat als Joe Rogan. Bill Gates. Und, ähm, ist jetzt vielleicht nicht die beste Argumentationskette gewesen. Ja, deshalb läuft der Kampf gegen Malaria auch so scheiße, weil Bill Gates ja immer irgendeinen medizinischen Scheiß gibt, aber einfach mal keine ordentlichen Pferdepillen. Daran liegt's. Der alte... Ist so. Der alte hier Weltunterwerfer. Ja. Äh, ab und wann nehmen wir Pferdepillen als Challenge-Prank? Na, ich hab ja mit Franz so ne Wette, wenn, ähm, Deutschland die nächste WM gewinnt, dann trinken wir ein Bier durch den Arsch, weil er darf ja gesundheitlich nicht und ich trinke ja keinen Alkohol. Und da aber jetzt die 2022er WM boykottiert wird wegen Katar, können wir einfach machen, wenn die deutsche Nationalelf tatsächlich mit boykottiert, dass wir dann Pferdepillen durch den Arsch nehmen. Oh, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du schon so spezifisch... Ich hab das jetzt so aus der Luft gegriffen, aber du hast das ja schon ganz schön weit geplant, Alter. Okay, danke, weiß ich Bescheid. Ja, 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 ich hab nur darauf gewartet. Was ähnlich unangenehm ist, wie Pferdepillen in den Arsch zu bekommen, ist, wenn die Bahn schon wieder streikt. Schon wieder? Ich bin ja gar nicht in der Bahn-Bubble, muss ich sagen. Ich krieg das nur so am ganz randigen Rand mit. Ja, ich krieg das halt immer mit, dadurch, dass FlixTrain mir Mails schreibt, dass die sehr wohl fahren und dass ich da doch jetzt eine Fahrt buchen soll. Oh, da musst du diesen Haken machen bei Abbestellen. Boah, bisher nervt's mich nicht genug. Okay. Und dass die Regionalzüge, die dann halt noch fahren, sehr, sehr voll sind mit Leuten, mit denen ich absolut nichts zu tun habe. Beispielsweise Essener Hooligans. Ohne Maske. Die rumschreien, dass sie positiv getestet wurden. So was halt. So könnte es mir passiert sein, ob das jetzt wirklich so ist, weiß man nicht. Okay. Ja, und dann hast du gesagt, hier Leute, 1-1er oder was? Ich weiß nicht, ob ich gegen 30 Leute einen guten 1-1er hinkrieg. Die sind dann aber auch irgendwann wieder rausgegangen. Aber der Zug war schon voll. Naja, angenehmes Verkehrsmittel, Inlandsflügel verbieten. Mhm. Ja, also, come on. Inlandsflügel ist schon irgendwie dumm. Ja. Also gut, man sollte es vielleicht nicht per se durch Inland definieren, aber halt Kurzstrecke. Ja. Also die Bahn kann ja nur so halt was dafür, wenn da Essener Hooligans drin sind. Naja, aber ein Zug ist halt voll, wenn der relativ voll ist, weil andere Züge ausgefallen sind. Ist aber auch egal, das ist jetzt wieder politisch. Und ich hab auch kein Gruß. Ich find Fliegen auch nicht so gut. Und weiß ich nicht, ob das aktuell die Leute interessiert, dass sie kürzlich für eine Diskussion in der Oase hatten. Das kannst du jetzt kurz mal moderieren. Nö, das muss man selbst nachlesen, muss man sich nur auf Patreon einkaufen. Das Geile ist, wenn man sich in die Oase einkauft, die Telegram-Gruppe, da sind keine Verschwörungstheorien drin. Aber mittlerweile 11.500 Fotos, das ist wirklich ein Freudenfest der Shitposterei. Für nur 3 Dollar im Monat. Geil. Alright, dann sparen wir das aus. Um ein Freudenfest der Shitposterei stand, ist diese Woche zwischenzeitlich gar nicht mal so gut. Bitte? Es wurde ein YouTube-Kanal kurzzeitig gesperrt und wir waren alle sehr traurig. Guck mal, das ist so schnell aufgelöst worden, das hab ich gar nicht in meine Notizen mit reingeschrieben. Der YouTuber und Twitch-Streamer EMP hat seinen Kanal aus unerfindlichen Gründen verloren. Er hat vorher einen Strike bekommen, weil er irgendwie Werbung fürs Impfen gemacht hat. Und der ist dann auch wieder weggegangen, weil der Blödsinn war und plötzlich war der Channel weg. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Also die Leute werden jetzt wahrscheinlich tatsächlich verwirrt sein, weil EMP gibt's ja wirklich. Das ist ja so ein Versandhaus. Das war um 2 von 5 Gag, den ich mir vorher überlegt hab. Ist egal, es ist IMP. Ah, IMP. Ah, okay. Ja, 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 ja. Der hat wieder Hate Speech Backster gemacht oder was auch immer und ist aber jetzt wieder da, weil es war wieder ein Irrtum, wie das halt so ist. Hast du mit ihm nochmal gequatscht deshalb? Ja, der hat halt geweint und dann nicht mehr. Ja, wie das so ist, wenn man Channel verliert. Ich erinnere mich an die zwei Male, wie MCM seinen Twitch verloren hat. Da war immer wieder, da war auf jeden Fall hier, Flut, nicht Ebbe. Wie sagt man? Du hast ja gerade beides gesagt. Naja, Flut, nicht Ebbe. Was sagt man denn, wenn jemand weint? Da war gar nicht mal so viel Ebbe. Ja, okay. Ja, ja, also richtig, ja. Aber was soll man dazu sagen? Das ist halt immer ein bisschen dumm, dass man als YouTuber dann halt einfach gefickt ist so und man da warten muss. Und er hatte aber wohl so ein bisschen über drei Ecken persönlichen Kontakt zu so einem YouTube-Mitarbeiter und da ging das dann relativ schnell. Andere warten da halt irgendwie wochenlang, haben nichts verbrochen und müssen dann trotzdem irgendwie mit Umsatzeinbußen oder sonst was dastehen. Bei ihm ist ja der Vorteil, dass auch sein Twitch ganz gut läuft, aber ja, ist halt dumm. Ja, ich weiß auch nicht, wem YouTube oder Google damit einen Gefallen tun will, weil früher oder später wird vielleicht doch die Konkurrenzplattform kommen, die es dann wird. Vielleicht nicht die nächste oder übernächste, aber wer weiß, ne? Hast du wieder Videoamt geguckt jetzt, oder was? Videoamt? Na, der hat immer gesagt, das wird die nächste YouTube-Alternative. Ja, aber die wurde es ja immer nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich langfristig alles erlauben können, ne? Ja, das nicht. Wer weiß, wer weiß, ne? Was sie sich zum Beispiel, ja. Was sie sich gerade zum Beispiel erlauben, ist mindestens ein, zwei Videos die Woche von Nostra Rafforz ab 18 zu machen, die Assis. Fallen so einen Schwachsinn. Was haben die denn für Zuläufer, diese alten Videos, die guckt doch kein Schweinesseiden, dann machst du wieder Nostra Rafforz-Marathon. Ja. Aber hast du diese YouTube-18er-Sperre, hast du die irgendwie umgehen können oder musstest du auch deinen Ausweis hinzeigen? Ich habe nie irgendeinen Ausweis gezeigt und ich kann auch nur mit dem Hauptkanal alle Sachen sehen. Also mit den anderen Kanälen müsste ich das machen. Okay. Aber fuck off. Okay. Aber ja, also gut, wenn ich es wahrscheinlich jetzt auf allen Kanälen machen müsste, würde ich es verbotlich machen, weil ich bin halt YouTuber, weißt du. Ich muss ja, also ich muss ja am Puls der Zeit leben. Ja. Ja, hingegen sind nicht so viele Videos ab 18, ich habe es bisher, ich kriege meinen Ausweis nicht so, dann ist es halt so. Dann konsumiere ich halt dadurch weniger Content auf YouTube und schaue mich nach Alternativen um, ne? Hm. Ob es sie gibt, ist eine andere Frage, aber das ist der einzige limitierende Faktor daran. Ja. Es gibt zum Beispiel auch Alternativen zum Kinderkriegen. Keine Kinderkriegen. Abtreiben. Ah. Ja, ich muss ja nochmal ganz kurz Amerika reinschieben, denn dieses Texas-Gesetz, das hat mich ganz schön in Wallung gebracht schon wieder diese Woche. Auch das haben wir in der Oase kurz besprochen. Es gibt jetzt ein neues Gesetz in Texas, was wirklich jeden Texaner zum Kopfgeldjäger macht, denn du darfst oder du sollst sogar jetzt bitte Leute melden beziehungsweise anklagen oder anzeigen, die abtreiben oder eine Abtreibung in irgendeiner Form unterstützt haben. Also ich weiß auch nicht, ob da Taxifahrer in die Klinik oder so mit rein zählt und kriegst dafür bis zu 10.000 Dollar und das ist einfach großartig. Aber was wollen die bezwecken? Also wer gewinnt denn da? Na, also Abtreibungsgegner. Ja. Die wollen den weiblichen Körper kontrollieren. Naja, aber da gewinnt ja auch keiner. Also ich hätte jetzt natürlich auch wieder irgendeine Lobby dahinter erwartet, aber welche sollten das bitte sein? Ist ja eher umgedreht. Die Christen. Wobei in der Bibel sogar Anleitungen zum Abtreiben drinstehen. For real. Ja, das sind halt diese, diese erzkonservativen, christlich orientierten, dummen, alten Leute, die sagen, ja, das Leben ist heilig, das Leben ist heilig, aber sobald's geboren ist, das Leben fickt dich, so. Da geht's dann halt, Moment, du bist zu arm und kannst, warum kannst du dir das Kind nicht leisten? Da hättest halt kein Kind kriegen müssen. Das ist richtig dumm. Thema. Also wirklich, sobald du geboren bist, bist du halt gefickt, da gibt's keine, keine Krankenversicherung, kein gar nichts für dich, aber der Fötus, der muss um jeden Preis geschützt werden. Ja, Religionen sind immer irgendwie altmodisch. Ja, und vor allem ist ja auch in der, äh, in der Konstitution, sagt man das so, in der Constitution, in der Verfassung, da steht ja drin, dass sie eine Teilung von Kirche und Staat haben. Es ist einfach so dumm, Alter. Warum müssen diese ganzen Frauen jetzt den Glauben akzeptieren von irgendwelchen Parapolitiker-Hanseln? Es ist alles so dumm. Naja, ich wollte's nur noch mal kurz sagen. Sehr, sehr, sehr interessant. Du hattest noch irgendwas reingepostet mit Sex Dildos, oder? Genau, ja, aber das hat, das ist schon länger so. Also, man darf keine... Ganz kurz, nachträgliche Überleitung zum Thema, sie können sich ficken. Witzig, ja. Äh, man darf in Texas keine Sex plus identischen Sex-Spielzeuge haben, weil dann der Staat davon ausgeht, dass du die Intention hast, diese zu bewerben und irgendwie zu verkaufen. Und deswegen ist das verboten. Äh... So, also wenn du jetzt irgendwie leidenschaftlich dir irgendwie Dinge in den Arsch steckst, dann darfst du wirklich nur eine Palette von Sex haben, alles weitere Direktstrafe. Alright, ich frag mich auch, ob und wie das umgesetzt wird, ob dann einer zu dir nach Hause oder kriegst du auch 10.000 Euro, wenn du irgendwo einen siebten Dildo findest. Ne, das ist ganz neu, dieses Kopfgeldjagen. Huiuiui, das ist bescheuert. Das leuchtet mir halt absolut nicht ein. Ja. Vielleicht leuchtet dir das mehr ein. Du warst ja mal in der Uni. Ich bin immer noch in der Uni. Beziehungsweise, ich bin, ja, okay. In Berlins Universitäten ist jetzt fast in allen komplett Fleischverzicht in den Kantinen. Wäre das was für dich? Ähm. Also so als Maßnahme, oder würdest du dann sagen? Sag mal. Weiß ich nicht. Das kommt jetzt ziemlich schnell. Da müsste ich, glaube ich, drüber nachdenken. Aber ich meine, langfristig muss ja sukzessive Fleisch reduziert werden. Ist natürlich die Frage, ob jetzt das abrupt nicht mehr anzubieten, ob das eher zu mehr Protest führt. Weil gerade bei Fleisch ist das so ein heikles Thema. Da gibt es ja immer so diese trotzigen Leute, die sagen, jetzt esse ich erst recht ein Steak. Und die sollte man nicht triggern, finde ich. Ja, das können sie ja. Sie können ja alles essen, nur halt in der Kantine können sie es nicht kaufen. Ja, ja, aber du weißt ja, wie das dann abläuft. Was hier und die Ökos und so. Und jetzt kriege ich mein Fleisch nicht, jetzt reicht es. Jetzt gehe ich mir erst mal eine Bratwurst holen. Haha, das haben sie dann davon. Sowas halt nicht, ne? Also ich würde das wahrscheinlich gar nicht mal so krass zum Thema machen, sondern vielleicht grammweise runtergehen. Oder sehr viele Ersatzprodukte anbieten, die lecker sind. Die Portionen werden einfach immer kleiner. Na, das ist in der Mensa eh so. Dann nehme ich bitte ein Steak so und dann, ach so, okay. Ja, nach 100 Tagen ist dann halt einfach nur so eine Gabel voll. Naja, ich sag mal, die Maßnahme ist natürlich durchaus sinnvoll. Und da kann man auch rational wenig gegen sagen. Außer, dass zum Beispiel jemand, der kein Fleisch isst wie Tino, jetzt krank geworden ist. Danke schön. Ich hab grad nicht gehört, dass du lachst. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, das war nicht lustig. Du weißt so, Opa Heinz, ach fuck, Opa Reiner hat so viele Fleischfresser-Witze gemacht. Ja, kann man. Die sind einfach immer lustig. Ich find es aber immer sinnvoller, wenn man solche Sachen nicht als Verzicht, sondern als Angebot verpackt. Wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen, wenn sich dann nicht wieder irgendwelche linken Spastis toll fühlen, weil sie die Welt gerettet haben, dann soll's so sein. Gott, oh Gott. Gut, ich hab hier noch ein Thema. Ja, eine neue Covid-Variante, beziehungsweise, ja, Corona-Variante. Ein Müh sind wir, glaub ich, schon angekommen, oder? Was? Ein Müh? Sind wir schon? Nee, das ist die Variante C.1.2. Wurde in Südafrika entdeckt. Und ich hab so das Gefühl, das wird wirklich dann langsam so wie das neue FIFA. Es gibt halt dann immer so eine neue Version und es gibt ganz viele, die das halt mitnehmen und halt nicht. Aber, ja. Die weiteste genetische Distanz zum Urtyp. Ist die auch ansteckender? Das ist halt, glaub ich, alles noch nicht so ganz klar. Aber es, ähm, die Verbreitung, also die, der prozentuale Anteil ist exakt so weit gestiegen wie bei der, äh, Lambda-Variante, hab ich, glaub ich, gelesen. Lambda. Also lässt es sich vermuten, dass das mindestens ähnlich ansteckend ist. Okay, also ich hab kürzlich was von Müh gehört. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Also wir haben noch zwölf griechische Buchstaben, danach wird's schwierig. Also viele Varianten dürfen nicht mehr kommen. Ja. Vielleicht müssen wir dann griechische Städte nehmen oder so. Ja. Oder hier, wie heißt dieses komische Flüchtlingsheim vielleicht? Was? Griechenland da, wo die ganzen Flüchtlinge sind hier. Diese, ach Mann, ich weiß halt grad nicht, wie's heißt. War das Lesbos? Nee. Nee, dieses, was auch angezündet wurde. Nee, warte mal, das war die Insel. Ja, aber es ist ja Griechenland. Ja, ja, ich komm da auch grad drauf. Tinko, wir brauchen dich. Du hast es noch klar auf den Schirm. Wir wollen einen Witz machen auf Kosten von Flüchtlingen. Warte, 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 warte. Wach mal kurz, ich hab grad übersteuert. Machen wir kurz Pause, ich will jetzt mal Flüchtlingsheim googeln. Flüchtlings. Moria. Danke. Covid-Moria. Ja, aber warum denn? Na, weil die griechischen Buchstaben ausgehen. Was weiß ich? Das hätte so dynamisch jetzt. Aber dann ist das doch im ersten Fall jetzt nicht Moria. So. Doch. Erst mal nehmen wir das ganz normale Alphabet, dann nehmen wir das griechische Alphabet und dann nehmen wir Flüchtlingsheime. Was? Also wo kam denn der Gedankenblitz jetzt her? Ich weißt du auch nicht. Das merke ich. Ja, also ich freue mich schon auf diese neue Variante. Ja, am bestenfalls setzt sie sich nicht durch. Schlimmstenfalls Trittimpfung. Ich freue mich schon wieder auf die volle Übernachtung. Trittimpfung. Tritt in die Schnauze. Tritt in die Schnauze. Die ganzen Maskenverweigerung kriegen die Trittimpfung. Das ist echt richtig gut. Ja, was auch witzig ist, ist für mich jetzt erst mal das letzte, nämlich der Top-Reddit-Post diese Woche. Nein, ist ausnahmsweise mal nichts von mir mit Skateboard fahren. Nein, es ist ein Kollege, der einen Jungle-Mina, also irgendeinen Vogel, trainiert hat, Geld von der Straße aufzuheben und ihm zu Hause in die Schublade reinzuwerfen. Und das ist großartig, da sehe ich mich. Hat das geklappt? Jaja, der hat so eine ganze Schublade voll. Der lebt wahrscheinlich dann auch in einer Großstadt, an einer Hauptkreuzung, keine Ahnung. Ja, aber was ist das? Einfach Münzen oder was? Nö, so Geldscheine. Die liegen rum. Naja, man verliert doch mal einen Geldschein. Aber doch selten. Naja, aber der Vogel sieht das. Ich glaube eher, dass der Vogel klauen geht. Vielleicht auch das, ist auch geil. Also, welche Stadt war das? Oder wird er dann verhaftet? Äh, keine Ahnung. Also, irgendwo, welches Land war das? Keine Ahnung. Also Leute, in Moria, passt auf, wenn ihr irgendwelche Vögel an euren Hosentaschen seht, ja. Wenn ich nicht mehr weiterkomme und mir nichts einfällt, immer Moria. Das ist ein neuer Algorithmus. Okay, so machen wir das. Witzig. Da heißt halt auch Jungle Mina. Also, ist egal. Aber also, selbst wenn es gefaked wäre, man sieht halt in dem Video mindestens einmal, wie halt ein Geldschein reinfliegt. Und dieses fucking Regal ist schon sehr weit gefüllt. Eieiei, wir hatten halt Angst vor künstlicher Intelligenz und Kampfdrohnen. Aber nein, jetzt kommen die Vögel und klauen uns unser Geld. Vielleicht kann da ja Amazon einfach mal... Ja, in certain Fall. Ja, klar. Weil es gab doch irgendwie recht, genau, es gab doch so rechtliche Probleme mit den Drohnen. Oder die Leute, die nach Moria flüchten, dass die vielleicht einfach auch auf so einem Vogel da hinfliegen. Boah, das wird halt jetzt echt kommen, ne? Also, jetzt wo auch Flüge verboten werden und alles, da werden die Leute auf Vögel surfen. Ja. Ich glaube, wir driften so ein kleines bisschen den Shit-Talk ab, aber das ist nichts Schlechtes. Das ist super, denn wir sind ja auch jetzt langsam durch. Ja, was gibst du der Woche? Ich habe mich schon eine Zahl überlegt. Okay, ich habe das letzte Woche gebrainstormt mit Tino, dass wir gleichzeitig die Zahl sagen. Das wird doch nichts. Und dann mal gucken. Ja, über Discord ist halt jetzt scheiße. Aber wir können das ja mal probieren. Ich muss mir aber ganz kurz nochmal die Woche anschauen. Okay. Ach, fuck, ich hatte noch was aus Texas. Oui. Oh. Ne, ganz kurz, das war nur so eine Randnotiz, weil in Texas wütet natürlich auch Corona wie Sau. Und da sind an einer Schule innerhalb von einer Woche zwei Lehrer gestorben. Ist halt auch wieder so ein Ding. Ja, ja, sterben eh viele. Aber ich habe mich da mal kurz reinversetzt und dachte so, in meiner ganzen Schullaufbahn ist nicht ein Lehrer gestorben. Und wenn das bei dir, ja, du gehst in die Schule und zwei deiner Lehrer sterben irgendwie innerhalb von einer Woche. Das ist, glaube ich, schon echt hart. Bei uns ist eine Lehrerin aber kurz nach der Rente gestorben. Das zählt. Also das zählt tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Wenn die nicht an die Tafel kritzeln umfällt und stirbt, dann zählt das nicht. Ja, das ist ja ziemlich genau das Covid-Vaccination-Special von South Park. Ja. Nur mit zwei Lehrer, die sterben. Ich will jetzt nicht spoilern. Habe ich jetzt aber gemacht. Tschüss. Nein, was geht mir die Woche? Und vor allem, wie wollen wir machen, dass wir das zünken? Ja, 3, 2, 1 oder so. Ja, okay. Ich bin bereit. 3, 2, 1, 5. Aha. Ich kann schlecht zählen. 3, 2, 1, 5. Ach so, ja. Bei mir kommt nach der 1 die 3. Ich habe mir aufgeschrieben, dafür das Wahl ist eher mau. Und Lashi hat fast nichts Dummes gemacht diese Woche. Ist nur eine 3. Ja, okay, also ich würde mich zur Not noch auf die 4 einigen können. Wenn Tino hier wäre, müsste es aber bestimmt mindestens die 5 sein wegen ABBA. Und weil Leute gekämpft haben. Ja, es ist schon wenig. Aber dieses Taliban-Video war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Das hast du halt nicht gesehen. Okay, schick gerne. Ja, und ja, wir können schon auf die 4 auch einfach in der Mitte uns treffen. Können wir gerne machen. Ich habe es immer ein bisschen weiter unten angesetzt, weil ich glaube, es gab halt noch nie eine 1. Möglicherweise gab es schon mal eine 2, das weiß ich nicht. Aber der Brennpunkt war immer sehr, sehr gut gewertet. Man muss auch dagegen halten. Halle war halt eine 9. Nee, Quatsch. Quatsch. Totaler Schwachsinn. Christchurch. Quatsch. Es ist selber. Quasi selber. Scheiße, Alter. Ich habe mich unbeliebt. Ja, darauf essen wir doch jetzt einen kleinen Döner und beenden den Podcast. Habe ich noch irgendwas, was ich loswerden wollte? Ach so, ja. Lashi ist in Thüringen unterwegs. Das wurde von Querdenkern voll gelabert. Das war's. Ah, nee, warte. Der hat aber noch so einen kleinen Skandal heute gehabt. Der hat irgend so einen NPD, ach nee, AfD-Spruch auf seinem Insta gepostet und dann wieder gelöscht. Hier dieses Mut zur Wahrheit-Ding. Gab so ein Foto. Ah, okay. Also er hat ein bisschen was Dummes gemacht, da gehe ich auf eine 4 hoch. Aber mit diesem Querdenker hat er sich halbwegs souverän unterhalten. Also war das leider nichts Dummes. Okay. Na gut, dann höre ich jetzt hier ohrenbetäubendes Musikgelatscher im Hintergrund. Au, au, au. Ist das von dem Typ, der so gut VR kann? Ja, ist es tatsächlich. Das ist der Basti, der jetzt gleich singt. Äh, tschüss. Tschüss. Dann mach ich mal Aufnahme aus.